62, die letzte Nummer, Carepack Berlin. Und ihr habt es euch bestimmt schon gedacht, elektronische Musik. Überraschung an dieser Stelle. Und genannt das Theaterschiff. Hier sind verschiedene Künstler am Start. Und es geht ums Meer. Es geht um Piraten, Boots, Männer und Frauen. Und um die Bewohner des Meeres. Vielleicht ist auch die ein oder andere Meerjungfrau mit am Start. Ja, das wünsche ich mir. Hier, ich glaube, da oben auf dem Wagen können schon hinkommen. Ja. Oder Sirenen. Oder Sirenen. Ja, wir haben hier schon langsam den Feierabend eingeläutet eigentlich. Wir werden langsam auch ein bisschen albern, würde ich sagen. Wir werden langsam ein bisschen albern und das ist dann auch das Zeichen. Das tut allen nicht gut. Das tut allen nicht gut. Und das ist auch so ein bisschen das Zeichen für uns dann auch mal irgendwann zum Schluss zu kommen. Ja. Aber guck mal, da draußen ist ja noch. Da brodelt es noch, würde ich sagen. Also, so langsam, würde ich sagen, packen wir unsere Sachen dann auch mal zusammen. Würde ich auch sagen. Schmeißen uns dann noch ein bisschen Luft. War ein guter Karneval, finde ich. Es war ein wunderschöner Karneval. War total bunt. Passettenreich. Passettenreich auf jeden Fall. Und auch ein schöner Abschluss eigentlich jetzt nochmal mit so einem Partywagen. Into the deep sozusagen. Meeresgeflüster. Meeresgeflüster. Wir haben ja vorhin schon eine Qualle gehabt. Jetzt nochmal so ein bisschen der Fokus auf der Unterwasserwelt. Da schließt sich der Kreis. Richtig. An dieser Stelle. Da schließt sich der Kreis. Und für uns schließt sich jetzt noch ein bisschen Abgeschmack mit der Überleitung. Aber für uns schließt sich jetzt an dieser Stelle der Arbeitstag auch. Ja, das stimmt. Der Arbeitstag und aber auch ein Tag mit Menschenbildern, Emotionen. Auf und ab. Das musste ich noch unterbringen an dieser Stelle. Das musste ich noch unterbringen für Amelie. Wunderschön. Die hat sich vorhin so darüber gefreut, als ich das vorher gesagt habe. Und dann gucken wir uns jetzt mal noch das Partyvolk ein bisschen an. Oh ja. Hier finden wir bestimmt noch das ein oder andere Fischernetz auf. Und Piraten. Und dann gucken wir uns jetzt nach. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020